Norddeutscher Rundfunk 2021 Corona-Line, wie hast du dich weltweit so gut verbreiten? Ich habe eine super Marketing-Strategie. Eine Marketing-Strategie? Was für eine? Mund-zu-Mund-Propaganda. Und wo auf der Welt bist du denn überall so gewesen? China, Italien und gestern im Altersheim bei Tante Olga. Ja, bei der Tante Olga geht es ihr gut. Ja, jetzt denke ich nicht mehr. Und sie macht jetzt Sado Maso. Sado Maso? Tante Olga macht Sado Maso? Wie kommst du denn auf so etwas? Sie sagt, sie sei die ganze Zeit ans Bett gefesselt. Hm, muss ich mir jetzt Sorgen machen um Tante Olga? Nein, nein, sie hat auch schon einen neuen Job. Einen neuen Job hat sie. Ja, sie macht jetzt Lastwagen-Zubehör. Lastwagen-Zubehör, krass. Wie kommst du denn auf so etwas? Sie hat gesagt, sie macht jetzt nur noch Car-Antennen. Quarantäne? Quarantäne? Du meinst, Quarantäne? Das bedeutet, sie verlassen ihr Zimmer nicht mehr. Was? Und dort hat es Platz für einen Lastwagen? Hm. Hm. Aber sag mal, Corona-Line, hast du eigentlich genügend WC-Papier? Das brauche ich nicht. Was? Du brauchst kein WC-Papier. Ich habe ja deine Hand. Ich habe es mit dem Video gemacht. Bis zum nächsten Mal-Line. Ich habe es mit dem Video gemacht. Du hast mich geschickt, aber ich habe es vandaag nur noch ein paar Jahre alt. Und da haben wir mit dem Video gemacht. Ich habe es mit dem Video gemacht.